In der aktuellen Sammelkartenerweiterung Kammersin und Purpur könnt ihr hier wieder eure Seltenheit der Karte erkennen. Und es gibt diesmal acht Seltenheiten, denn das ist eine Riesenänderung. Wir starten mit den Kammer- und Unkartenkarten. Die gibt es als normale und auch als Reverse-Karte. Die werden dann natürlich hier mit einer kleinen Raute symbolisiert. Dann kommen wir zu den Rare-Karten. Ein schwarzer Stern als Seltenheit gibt es nur noch als holographisch, also nicht mehr als Non-Holo. Aber selbstverständlich weiteren auch als Reverse-Karte, also aus dem Parallelset. Dann kommen wir zu den Double Rare-Karten. Die werden gekennzeichnet mit zwei schwarzen Sternen. Und das war es schon tatsächlich mit dem Main-Set. Jetzt kommen alle Secret Rare-Karten. Wir starten mit den Ultra Rare-Karten. Diese bekommen zwei silberne Sterne mit einem weißen Rand. Werden auch als Full-Art-Karten bezeichnet oder so kennen wir sie. Das sind zum Beispiel alle Pokémon und auch alle Trainer-Karten. Dann kommen wir zu den Illustrator-Rares. Die bekommen einen goldenen Stern mit weißem Rand. Und davon gibt es natürlich auch mehrere, denn die Super Illustrator-Art bekommt hier dann zwei goldenen Sterne und einen weißen Rand. Und das ist natürlich mal ein richtiger Banger. Und wir schließen ab mit den Hyper Rare-Karten. Das sind also unsere goldenen Karten. Und diese bekommen hier unten drei goldenen Sterne. Und damit kennt ihr alle Seltenheiten.